So, Moin Moin Leute, Sense Timo hier aus Brunsbüttel mit Sense Boy, Moin. Sense Timo hat jetzt den ultimativen Tipp für euch. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wir nehmen zuerst Corona Datschi ein, sprich leicht in die kniegehen Hände nach vorne, mindestens zwei Meter Abstand zum Angreifer. Natürlich jetzt ein Angriff kommt in Form von Niesen oder Husten oder wie auch immer, dann müssen wir sofort reagieren und das mit aller Konsequenz. Das ist eine arge Schnute. Dafür nehmen wir die Hand langsam zum gegenüberliegenden Ohr, ziehen den Ellbogen vor die Nase und blockieren damit alle Viren, die eben auf uns zukommen. Noch einmal, damit es alle sehen können. Spaß beiseite, Leute. Das sind herausfordernde Zeiten gerade. Trotzdem dürfen wir unseren Humor nicht verlieren, das ist klar. Wir hatten hier eine Menge Spaß heute. Wir haben hier ein bisschen Videos gedreht. Sense Boy, wenn du da was zu erzählen magst. Wir arbeiten gerade auf Hochtouren. Wir wollen euch nämlich online das zur Verfügung stellen, was ihr sonst eigentlich im Dojo bekommt. Wir brauchen auf jeden Fall nur eure E-Mail-Adressen. Das ist wichtig. marne.lma.ac Wenn wir eure E-Mail-Adressen noch nicht haben, schickt uns die bitte einmal zu, damit wir ab Montag für euch online da sein können. Prost. Euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bleibt geduldig. Und bis nächste Woche. Wir freuen uns, euch online zu sehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.